Hallo, ich bin die Anna und ich mache bei 72 Stunden mit, weil ich es einfach ein sehr cooles Projekt finde und ich finde es einfach schön, wenn man Leuten, denen es nicht so gut geht, einfach eine Freude bereiten kann. Gestern haben wir uns einen Film angeschaut über Rumänien, wie es dort ausschaut und das habe ich ziemlich schlimm gefunden und darum finde ich es nochmal umso viel schöner, dass man denen dann zu Weihnachten eine kleine Freude macht. Vielen Dank.